Die Menisken haben zwei wesentliche Funktionen. Zum einen sind sie Pufferscheiben im Kniegelenk. Es gibt einen Innenmeniskus oder einen Außenmeniskus und sie vergrößern die kraftaufnehmende Fläche im inneren und äußeren Gelenkabschnitt und reduzieren damit die Kontaktdrücke, das heißt die mechanische Belastung im Kniegelenk. Und zum anderen sind sie auch wichtig für die Stabilität im Kniegelenk, ähnlich wie Bremskeile, die man vor und hinter das Rad eines Wohnwagens schiebt, damit der nicht wegrollen kann. Verbessern Sie die Stabilität im Kniegelenk.